Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und zwar zu den Minigames. Mit dabei ist der unglaubliche Joshua. Hallo. Und zwar Joshua, erklärt euch jetzt mal ganz kurz, wieso wir uns dieses Projekt so überlegt haben. Ja, es ist halt eine Rubrik auf unserem Kanal, wo die Videolänge nicht so lang ist. Oh, das hat so ein Fleiß von mir. Ja, die Videos werden nicht so lang und wir spielen viel. Achso, es liegt also, es kommt also daran, weißt du, Joshua, es geht darum, dass die Videolänge nicht so lang ist und die Videos werden nicht so lang. Ja, die Wiederholung ist immer gut. Ego, was ist das für eine Map? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich einen Horn in One. Voll schwer auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, dass die Map nicht so schwer ist. Wogegen sei es zu deiner Mom? Alter. Das zeige ich ihr auch, wenn du, äh, ich zeige ihr alles, was... Ja, weißt du, was, zeig's ihr doch. Was, was? Sie zeigt alles, was sie gehoben hat, oder gehobelt hat. Geil, Joshua. Voll in One. Wow, voll schön. Ey, Junge, die Map suckt. Ja. Ja, gut, die letzte, die wir aufgenommen haben, war einfach sechs Stunden lang. Bin ich eigentlich inkompetent? Only two. Boah. Ich glaube, du bist inkompetent. Hast du eigentlich auf die Aufnahme gestartet? Eindeutig. Ich bin auch gar nicht so gedotzt, weißt du? Ja, so ist gut. So ist perfekt. Nice! Achso, du hast schon... Okay, alles klar. Boah, meine Fresse. Wie, du kannst eigentlich gleich du hochladen, ey. Boah, jetzt leg mich bitte nicht da so ins Eck. Habe ich dir gerade geholfen? Nein. Du hast mich nicht berührt bei mir. Boah, die Runde läuft überhaupt nicht, ey. Wie viel steht? 12 zu 24. Ne, 13 zu 24. Was? 13 zu 24. Ja, wow. Triple boogie. Okay. Die Mip fand ich jetzt tatsächlich relativ einfach. Ja, ich hätte es auch fast. Nein, nein, schnell. Jawohl, nice. Komm, lass mich ein paar Pünktchen aufholen, Joshua. Hau noch ein paar Mal daneben. Oh, nice. Einmal geht noch. Hau noch mal daneben. Was, der S4. Sehr schön. Ja, einmal daneben geht noch. Schlag aber noch mal so fest. Oh, das ist ärgerlich. Oh, das gibt... Oh, das gibt Pünktchen! Warum... Hä, was war denn das jetzt? Da wird er nervös! Guckt sich an, er wird nervös. Ja, das kann mir aber egal sein, weil du ja... 10.000 Schläge gebraucht hast. Ach ja? Okay. Ach ja, 10.000 Schläge habe ich gebraucht, deswegen führe ich. Ähm... Wir müssen jetzt nicht... Wir müssen doch... Müssen wir doch... Oh! Ich schätze, dass wir da rüben rein müssen. Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Ja. Könnt sein. Ich auch. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Du bist echt ein Scheiß-Wichser, ne? Dumme Mist. Hättest du auch einfach warten können. Ja, vergessen, dass Kollision an ist. War mal ein Fehler, ich weiß aber. Warst du ja schließlich auch. Ja, was haben wir denn hier? Ja, man kann sich mit V umgucken, Joshua. Weißt du ja bestimmt, ne? Ja. Natürlich, weißt du das. Sollte sich das jemand angucken und einen Vorschlag für ein Spiel haben, kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Wir spielen es eh nicht. Ich habe eh kein Geld, um es uns zu kaufen. Ja. Okay, das wird ein Hole in One. Och, ne. Okay, ich hätte viel, viel fester schlagen müssen, das hätte ich nicht gedacht. Boah, ich wobble hier hin und her. Ich habe keinen Bock zu warten. Och, wow. Das hast du doch jetzt extra gemacht. Ich habe schon sechs Schläge gebraucht. Ich hatte am Anfang... Hä, das ist voll random zwischen, ich schlage irgendwie quer in die Luft. Aber ich glaube, du kannst auch Hole in One einfach, indem du genau die... Toll, jetzt wobble dich wieder eine halbe Stunde. Hast du es schon geschafft? Wobble, 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 wobble. Ah, ne, diesmal nicht. Hier lag ich vorhin schon, aber ich habe dann zurückgesetzt, weil ich einfach genau das bei dir ist. Wobble, 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 wobble. Boah, nerv mich doch nicht. Boah, das ist so frustrierend. Wie lange muss ich denn... Warte, ich drücke nochmal F. Warum hast du dich abgewartet? Weil ich doch eben lag. Weil mich die Kacke einfach dreht. Ey, da sind richtige Stückchen drin, Junge. Richtig geil. Ja, genau. Oh nein. Und nochmal ein bisschen wobbeln. Ja, wobble, wobble. Ja, geht doch. Komm, jetzt in einem. Also, jetzt in einem. Anni, wir wobbelst ja immer noch. Guck mal, da dreht sich... Da ist heute die Shit, dreht sich. Oh, sehr schön. Ein 9. Das ist wieder spannend, dadurch, dass wir beide mal richtig reingekackt haben. Ja, ist auch schwer. Ist auch schwer. Also, du musst echt... Viel zu wenig schlagen, ja. Dann schaffst du es nicht in Holborn. Das stimmt. Ich kann einen Scheißgeladen einfach nicht hören. Immerhin Paar geschafft, ja. Oh, das wird auch richtig schwer. Warum bobbel ich denn? Soll ich dir helfen? Nee. Ach, du bist doch ein Wichser. Ein Wichser! Irgendwie muss ich mir auch ein bisschen was gut machen, hier. Gott, du bist ja meilenweit vorne. Ja, immerhin... ...hab ich einen dadurch gut gemacht. Zwei dadurch gut gemacht. Nee, du hast einen dadurch gut gemacht. Ja, nein, hättest du in der Rundung geschlagen, wärst du direkt reingekommen. Warum tue ich sowas? Ja. Hä? Ich... Warum ist denn meine... Verstehe ich nicht. Ach, warum tue ich sowas? Ist da keine Play-Area? Nö, aber ich... ...dach mal so ein bisschen... Boah, echt jetzt? Ja, und dann geht das auch. Wobble, 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 wobble. Ich helf dir. Kein Ding, Bro. Und er wobbelt. Ach nee, das war ein Lack. Okay. Jawoll. Ach, schade, dass da Play-Area ist. Ich muss mal ganz kurz... Oh! Gibt's schon einfach muten können oder so? Ey, das hätte doch keinen Sinn gemacht, weil ich doch eh im... Im... Im was? Im OBS weiterhören... Gehören... Hörnzuwesen... Gewehre... Du weißt, was ich sagen wollte. Oh, der war nice. Ja, wenn ich mein Mic mute, müsste ich's ja in OBS muten und nicht in Teams. Ach so, hast du nicht zwei Bildchen? Naja, ja, aber ich hab den eigentlich angeschlossen. Ah, okay. Das machen die coolen Leute so. Oh, die kaufen sich die Bildschirme nur... Oh, du bist doch so ne Mistgewoll, so nützlich hier. Dankeschön, Dankeschön. Ja, immerhin hast du das Richtige reingeschissen. Oh. Fuck. Ich musste ganz schön einlochen. Nicht, dass ich weghau. Du hast aber eh schon drei Vorsprung. Irgendwie hab ich mir die Map tatsächlich leichter vorgestellt, bei dem Lächeler. Die ist halt echt ein bisschen... Boah, die Map ist schon echt easy. Die könnte jetzt schwierig werden. Ja. Schwierig, sie nicht in einem zu machen. Oh, oder nicht in zwei. Hey, da hast du... Oh, zwei Abstand. Ach, das wird doch nichts. Jetzt sind wir hier oben so übelst hart, weißt du. Alter, die ist ja mal richtig schwer. Ich bin übelst hart. Nein. Das ist richtig schwer, ey. Ja, der hat gewonnen, GG. Die war richtig hart, die Map, ey. Ja, GG. Aber hey, immerhin, das war die erste Runde Golf-Hit, beziehungsweise die erste Runde Minigames. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann geht zu Joshua nach Hause und gratuliert ihm, weil er hatte vorgestern Geburtstag und er hat endlich eine Ausbildung als Gärtner gefunden. Auf jeden Fall, macht's gut, du bist zum nächsten Mal auch rein. Tschüss.